Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es einfach nur ein kleines Video. Gleich vorher, vor einigen Minuten, Stunden, keine Ahnung, haben wir gerade ein Video gedreht und da bin ich ins Café gegangen und jetzt habe ich ja meine alte Frisur wieder und da habe ich gesehen, also ich habe es jetzt schon online gestellt, da habe ich gesehen, dass ihr die Frisur nicht richtig sagt, als ich die Haare zuerst mal geschnitten habe, vor der Frisur. So, darum werde ich das euch jetzt nochmal kurz zeigen, wie das ausgesehen hat, als ich die Haare geschnitten habe. So sehen meine Haare eigentlich aus, wenn ich meine Frisur öffne. Eigentlich habe ich ja kurze Haare, oder? Und ja, im Kopfhöhe sind ja, also bei meinem letzten Video gleich vorher hatte ich doch die langen Haare und da haben sie so geschnitten und erst dann kam die Frisur. Und genau in 3, 2, 1 werde ich die neue Frisur haben. Und genau so sah ich dann aus, als die Frau vom Café mir die Haare zusammengebunden hat. Weil beim Video habt ihr es ja nicht richtig gesehen, darum habe ich dieses Video jetzt gleich nochmal gepostet. Oh, es tut mir leid, es ist halt das Lichtproblem wieder. Und ja, das ist schade. Wir werden probieren, ein besseres Licht zu kriegen. Aber das ist nicht immer leicht. Ja, tschüss. Alles.